hallo zusammen hallo freunde in diesem video zeige ich euch mal was so alles mit zellen geht ich habe silikon 500 und den cell creator und bubble booster zusammen gemischt und ihr könnt mal beobachten zum schluss dann auf der linken seite vom bild gibt es viele kleine zellen das passiert dann wirklich wenn man diesen cell creator plus den bubble booster nimmt und dann noch mal kräftig erhitzt dann kommen viele kleine zellen dann raus das ist so dieser effekt von diesem bubble booster ich finde es cool geworden sind viele schöne zellen und habe dann auch ein bisschen mit dem richter gearbeitet am anfang seht ihr ja dann und farben habe ich eigentlich wenn ihr mein letztes video gesehen habt da habe ich die ganzen farben schon erklärt das bild ist auch 30 auf 60 cm dann habt viel spaß dann bis gleich so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020